Auf das Unternehmen an sich bin ich gekommen, seit ich klein bin, da ich seit 15 Jahren ungefähr schon Ski fahre. Dann war der Casebruder die erste Anlaufstelle, weil ich gleich in der Umgebung hier wohne. Casebruder Geländefahrzeug AG ist der Weltmarktführer für Pistenraupen. Ebenfalls bauen wir noch den PowerBully. Außerdem gibt es noch den BeachTag. Wenn man in die Abteilungen kommt, vor allem in die Sonderabteilungen, sprich Reparatur, Versuch, Sonderbau, sieht man eben alles Mögliche am Fahrzeug und lernt erstmal wirklich, wie funktioniert denn alles. Wie arbeitet die Mechanik zusammen, wie ist das Zusammenspiel aus Elektronik, Hydraulik. Obwohl die Kabelbäume an sich gleich sind, hat jedes Fahrzeug so viele verschiedene Varianten. Oder erinnert sich wieder so viel am ganzen Fahrzeug. Das Zusammenspiel variiert einfach jedes Mal. Ich bin sehr zufrieden gewesen mit meiner Ausbildung bei der Casebruder Geländefahrzeug AG. Ich kann jedem, der was Technisches machen will, die Firma herzensweiterempfehlen. Man lernt hier sehr viel, sei es auch abhängig von den Fahrzeugen, generell das Arbeiten mit der Mechanik. Jeder, der was Technisches machen will, der soll sich hier bewerben. Es ist Viertel vor Viertel vor Vier. Echt? Oh, das ist ganz schlecht. Ich fahre bei einer Fahrgemeinschaft mit. Vor Bayern.